Es geht darum, die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen. Gerade die Jüngeren sagen, einem wieder habe ich gerade gestern erlebt, ich möchte meinen Betrieb so ausrichten, dass ich ihn am Ende auch weitergeben kann. Zukunftsfähigkeit heißt, dass man mit Sachverstand, kühlem Kopf, ohne Populismus rangeht, dass man sich überlegt, an der Stelle, was wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher, was wird die nächste EU-Agrarreform uns bringen oder was wollen wir von dieser. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt die Regeln aufstellen müssen, die die Chancen und Wege aufzeigen, mit denen man gute und fair hergestellte Lebensmittel produzieren kann. Darum grün.